So, und schon geht's weiter bei Back to the Future, The Game. Ja, Jennifer ist immer noch nicht gut auf uns zu reden. Ich glaub, wir gehen auch erst mal wieder. Mom? Das sah aber teilweise nicht so glücklich aus, nur weil sie uns gesehen hat. Mom? Mom! Aber bist du glücklich? Glück ist überraschend, Lorraine. Ich bin glücklich. Well, ich denke, es. Mom? Hi, Martin. Ich habe dich als ich in den Gehen habe. Du hörst mich schreit? Mom, das kann nicht sein. Martin, bist du okay? Ich bin okay. Es ist nur, dass du so, so gray. Was machst du hier draußen? Also, was? Bist du da draußen kaufen oder was? Ach, kaufen? Pfff! Wer kaufen noch mehr? Nein, es ist das Zeit des Monats für mich wieder. Äh... Für meine Zivilbeutel. Ich werde die Statue all den Tag schreiten. Oh, Ray. Großartig. Wessen Golfmobil ist das? Was ist mit dem Golfkart, Mom? Now, Martin, I know you're embarrassed to be driving around in last year's model, but we really can't afford the 86's yet. What about my truck? No one owns a truck in Hill Valley. Martin, are you sure you're feeling okay? Yeah, yeah. I just... I must have had a really vivid dream last night. Well, I hope your dream world was more fun than this one. Could you do me a favor? I forgot to give your father my timesheet for last week, and now Mr. Nosy is convinced that I'm hiding something from him. Timesheet? Aren't they annoying? But Citizen Brown always says, A scheduled life is a happy life. Anywho, could you be a dear and drop it off at the house? Here, take the car. Actually, I... I know, I know, dear. Love you, too. I'll give you a kiss, but you know what, that gets you. Don't forget to pick me up this evening. Uh, yeah, sure. Ich bin ja mal gespannt, wie das zu Hause aussieht. Ah, wir dürfen fahren. Well, it's not the truck, but I guess it'll do. Oh, aber ganz schnell, hey. Hat sich jetzt nicht viel verändert? Okay, außer das. Ich weiß nicht, John. Ist das nicht illegal? Was ist illegal in Hill Valley? Shh, was ist Citizen Browns, Watschi? Nichts, niemand kann uns hier sehen. Er ist ein schweiziger Tom. Ah! Damm, versuchst du deinen alten Mann die nächste Woche, okay? Ah, was für ein Spanner. Ähm, ich sah eine Mom in der Stadt. Sie hat mir gesagt, das zu dir zu geben. Danke. Sag, äh, was gibt es hier? Ah, du weißt, das usual. Ich habe Tabs in Hill Valley durch meine vertrautenden Bank von Monitorern. Immer auf der Suche, um etwas interessantes Bild. Wonach suchst du? Interessant. Was bedeutet, interessant? Was für ein schweiziger Frage ist das? Ich habe, ich habe, ich habe, ich schweizige Fotografie für Citizen Browns, für über ein Jahr, jetzt. Ich weiß, dass deine Mutter nicht von meiner Arbeit verliebt, aber... Warte mal, du sagst, du sahst Lorraine? 11 bis 12, Haar Salon. 12 bis 12.20 Uhr, Lunch at Soup Moe Counter. Cream of Asparagus mit Crackers. Was war das? Du bist zu vereinnahmend. Dad, du bist so weit weg von hier. Was hast du da versteckt, als ich reinkam? Was hast du da versteckt, als ich reinkam? Du bist so weit weg von hier. Du bist so weit weg von hier. Du bist so weit weg von hier. Ich weiß nicht, was du sprachst, mein Vater. Komm, ich habe das gesehen. Um... Ich kann dir das auch sagen. Nachher, du bist bald 18 Jahre alt. Du sagst mir, was? Hild Valley unter Citizen Browns. Das ist nicht die schweiziger Stadt, die du warst, die du warst, um zu glauben, dass es war. Du bist so weit weg von hier. Du bist so weit weg von hier. Das ist eine Kritikation von der großen Mann selbst, oder seiner schweiziger Frau Edna. Keinein hat sich zu viel, als sie, um die größte Techniken zu verbreiten, um die größte soziale Planung zu unserer municipality zu verbreiten. Aber... Was? Das ist glaubwürdig? Nicht jeder hat das. Aber viele viele Bürger, vielleicht sogar die Majorität, aktivlich respektiert die Bräume-Administration. Sie natürlich nicht so auf der public. Ja, natürlich. Aber in private? Ja, nur hör mal. Ich sage, Bert, das Regime ist ein Blut. Sie alle lachen uns hier in Fairfax lachen. A Toast zu Citizen Brown. Bei seiner Lieblings-Kurthausen. Streckt bei lightning. Agnes, du wütend. Kommst du in die Stadt, Leicester? Citizen Brown hat eine andere Gespräche. Citizen Brown kann meine Haare- Well, du verstehst du. Es klingt, dass die Leute nicht die Browns von Dundahill-Valley haben. Nicht alle, nur ca. 50%. Vielleicht 60%. Kann Citizen Brown wissen? Er sollte. Wenn ich eine Kopie von meiner Bildung zu dem Publikum-Kurthausen, ich bekomme eine Memo, zu sagen, wie viel Citizen Brown mich für meine Service hat. Aber wie kann er diese Videos sehen und nicht tun was? Vielleicht solltest du deine Fotos direkt zu Brown. Oh, ich weiß nicht. Ich meine, sicher, er könnte er mich verraten, zu bringen diese Probleme zu sein, und mich für meine Service, aber dann wieder, sie sagen, es ist nie wunderschön, der Behrer der schlechten Nachrichten zu sein. Ich bringe das Band zu Bürger Brown. Warum nicht, du mir die Videotapie geben? Ich nehme sie zu Citizen Brown. Danke, dass du das eröffnet hast, aber ich will dich nicht involviert werden. Citizen Brown mag nicht, was er an ihnen sieht, und ich möchte nicht, dass du den Brunnen von seinem Schmerzen bekommst. Nicht die Schmerzen der Schmerzen des Schmerzen des Schmerzes auf den Schmerzen. Als sie herausfinden, dass ich sie auf den Schmerzen habe... Nein, ich lasse diese Schmerzen nicht aus meiner Sicht. Es geht um jemanden, den wir beide kennen. Es geht um jemanden, den wir beide kennen. Bürger Brown. Schon hab допolgt den Brunnen, du warst mit dem Schmerzen? Schmerzen du in der Schmerzen des Schmerzen des Schmerzen des Schmerzes? Nein, das ist das, ich von einem. Oh, nein! Overgänger wird niemals verraten einem nach und 10.000 Teil der Schmerzen des Schmerzen des Schmerzes, aber ich trugiere mir einfach, und lassen mich nicht heilig. Hmm, was du in dein Geist? passt schon natürlich überwachen bricht ein paar regeln da ist unsere gitarre gib mir die gitarre ich muss jennifer beeindrucken ja das videoband haben wir nicht bekommen aber zumindest unsere gitarre das ketten das heißt wir müssen zu lorraine zurück aber ich würde sagen ich mache hier einen kleinen break und man sieht sich in der nächsten aufnahme wieder